Istanbul war für mich so eine Stadt, die ich von Anfang an wahnsinnig schön fand. Also ich dachte, es ist die schönste Stadt der Welt und je länger ich dort war und je mehr Menschen ich kennengelernt habe, die das Land verlassen mussten, die unter Anklage standen, desto mehr kam mir diese Schönheit falsch vor.